Am 1. August gehe ich ganz sicher, wenn es schon ein Meter ist, eine Wanderung machen. Ich gehe wahrscheinlich gar ein Bödel. Ich gehe dort zu einer antinationalistischen Party, die gegen 1. August ist. Mit der Tochter Geburtstag feiern. Brätchen mit den Kollegen. Dann noch ein bisschen hören, wie es klappt. Ich bin wahrscheinlich im Jura, weil mein Vater am Tag vorher Geburtstag hat. Ich weiss noch nicht so genau, wie wir in Prag. Ausschlafen. Oh mein Gott, nächste Frage. Ich müsste ausrechnen, 12.91 bis heute. Nein. Ich weiss es nicht genau, nein. Boah, keine Ahnung im Fall. Keine Ahnung. Nein, ganz genau weiss es nicht, aber ich könnte es ausrechnen. Nein, ganz genau. Ich weiss es nicht, aber ich würde es ausrechnen. Aber ich würde es ausrechnen, dass man so genau, wo es ausrechnen. Das ist die Tests, 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 die Tests. Vielen Dank.